hallo ihr lieben ich grüße euch herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf diesem kanal kürzlich gab es mal wieder einen live stream hier auf meinem kanal gefühlt einmal im jahr und immer ist der liebe tobias steinhäuser dabei tobias und ich haben uns 2016 in leipzig bei einem rohkost potluck kennengelernt und hat sich eine gute freundschaft entwickelt und die jenigen von euch die schon länger meine videos schauen wissen dass es auch etliche interviews mit dem lieben tobias hier auf meinem kanal gibt wir haben am donnerstag ich glaube zweieinhalb stunden rede und antwort gestanden der fokus lag natürlich auf ernährung gesundheit schleimfreiheit kost fasten entgiftung da gab es glaube ich auch eine frage nach übersinnlichem und dann eher zum ende haben sich ein paar kannivore in den chat eingeschlichen haben versucht ein bisschen schlechte stimmung zu machen aber ich denke wir haben es ganz gut gemeistert und haben uns auf die positiven aspekte konzentriert ich werde den live stream wenn das möglich ist oben in den infokarten verlinkt ich glaube ich habe noch nie ein live stream verlinkt wenn das möglich ist findet ihr den link oben in den infokarten vielleicht verlinke ich den live stream auch noch mal hier unter diesem video bzw findet ihr dann den link im angepinnten also im ersten angepinnten kommentar es gibt einen wunderbaren kanal auf telegramm die schöpferinsel die haben auch eine webseite da gibt es ganz tolle blog beiträge zum thema gesundheit natürliche gesundheit naturheilkunde sehr interessant und neben diesen gesundheitlichen themen kommen bei der schöpferinsel auch immer mal so ein bisschen andere impulse auch was die selbstbestimmung angeht eine gewisse aufklärung wie man sich in diesen zeiten eben ausrichtet auch geistig mental und da habe ich vor einiger zeit einen guten beitrag von der schöpferinsel gefunden da ging es darum unabhängiger vom system zu werden dem system energie zu entziehen und die punkte die haben mir ganz gut gefallen ich denke alles ist nicht für jeden umsetzbar aber das sind auf alle fälle wertvolle impulse dabei und habe ich mir gedacht da würde ich einfach gerne mal wieder ein video daraus machen und euch diese wertvollen impulse von der schöpferinsel hier in einem youtube video etwas aufbereiten los geht's unabhängiger vom system werden und energie entziehen fernseher radio zeitungen meiden gleichzeitig prüfen was uns ansonsten negativ beeinflusst passiv hält und vom wesentlichen ablenkt auch herunterziehende alternative medien hinterfragen unterbewusste überzeugungen prüfen woher kommen sie sind sie wahr sind sie hilfreich wie kann ich sie ersetzen die gesundheit in die eigene hand nehmen regelmäßige informationsgewinnung ernährungsumstellung heilkräuterwissen aneignen synthetische medikation nach möglichkeit auf natürliche alternativen umstellen heilsame hausmittel selber machen seelische beziehungsweise psychische ursachen herausfinden alternative anlaufstellen finden vernetzung lebensmittel selbst anbauen auch bereits mit wenig fläche wie garten balkon und in der wohnung möglich kleingarten anbauflächen mit gleichgesinnten mieten oder kaufen kinderschützen kinder aus einschränkenden einrichtungen nehmen alles wieder innerhalb der familien regeln oder förderliche natürliche alternativen finden zum beispiel private organisationen dafür sorgen dass kinder frei atmen und gesund aufwachsen können konsum von unnötigem einschränken was brauche ich wirklich vorhandene konsumsucht eingestehen bearbeiten und ausheilen kredite vermeiden mit krediten machen wir uns maximal abhängig es gibt immer genügend alternativen zum beispiel günstige autos privat kaufen gebrauchte küche dinge wiederverwerten dinge restaurieren konsum betreffende fixkosten herabsetzen die tauschbörsen nutzen und so weiter mehrere bankkonten halten nach möglichkeit in mehreren ländern das finanzgeschehen beobachten um eine schnelle reaktionsflexibilität gewährleisten zu können gold silber bargeld besitzen edelmetalle nicht in form von wertpapier sondern physisch halten sie nach möglichkeit an verschiedenen orten aufbewahren jedoch nicht bei banken sich gedanken über zahlungen auswege notwendigkeit machen zum beispiel versicherungen gez krankenkasse abonnements und so weiter einkommen ströme auf selbstständiger basis aufbauen prüfen wo und wie steuererleichterungen möglich sind eventuell den aktuellen rechtskreis oder den wohnsitz in einem land verlassen vom standort unabhängiges einkommen generieren zum beispiel online krisenvorsorge für mehrere wochen lebensmittel wasser und so weiter zu hause haben ballungszentren verlassen große städte verlassen und stattdessen aufs land oder in vororte ziehen vernetzung mit gleichgesinnten mit gleichgesinnten zusammenarbeiten und sie unterstützen dort einkaufen sich gegenseitig aushelfen und so weiter mentale und emotionale fähigkeiten stärken inneren frieden finden die eigene schwingung erhöhen ängsten begegnen blockaden lösen und so weiter informationen sammeln verschiedene quellen zur informationssammlung nutzen jedoch stets hinterfragen und mit der eigenen inneren welt abgleichen körperliche fitness wehrhaftigkeit den körper gesund und leistungsfähig halten vereine besuchen um die eigene fitness wehrhaftigkeit zu erhöhen zum beispiel kampfsport selbstverteidigung und so weiter daten herausgabe präsenz minimieren das herausgeben von daten stets auf einem minimum halten alternative wege bei ämtern und behördengängen finden aufhören die stimme abzugeben und diese nicht mehr unter zeitverschwendung in eine totenurne werfen discounter und big player meiden die nahrungsmittel von discountern schaden zumeist gesundheit und energie level unterstützt kleine lokale unternehmen die authentisch sind den frieden sowie das überleben von mensch tier und natur fördern ich verlinke euch den telegram kanal von die schöpferinsel unter diesem video beziehungsweise findet den link im ersten angepinnten kommentar zu einigen punkten möchte ich auch gerne selbst noch etwas sagen der erste punkt fernseher radio zeitungen meiden also ist ja auch wichtig welche geistige nahrung wir uns zuführen selbst in alternativen medien so wie es die schöpferinsel erwähnt hat müssen wir auch aufpassen da geht es teilweise auch um angst und panikmache und auch um verwirrung und da werden die menschen oft auch abgelenkt so dass sie nicht in die selbst und die echte selbstverantwortung kommen in die echte unabhängigkeit also prüft es auch gut welche geistige nahrung über welche quellen ihr euch informiert das finde ich gerade in der heutigen zeit sehr sehr wichtig die gesundheit in die eigene hand nehmen das auch ein ganz ganz wichtiges thema und ihr habt in den letzten jahren gesehen wie wichtig auch da die selbstverantwortung ist wenn es um das thema gesundheit geht ernährung ist eine wichtige säule der gesundheit aber nicht alles wir sind ja nicht nur körper wir sind auch geist und seele also es gibt unterschiedliche nahrung die uns auf diesen verschiedenen ebenen nährt und ich finde es ganz wichtig sich damit auseinanderzusetzen und einfach zu schauen was kann man in seinen alltag integrieren schritt für schritt pflanzen basierte ernährung spielt hier auf meinem kanal schon seit fast zehn jahren eine wichtige rolle zuerst war es die rohkost ernährung wildkräuter dann generell die vegane ernährung oder die vitalstoff reiche ernährung mit wildpflanzen mikrogrün und sprossen dann ging es auch mehr richtung schleimfreie schleimarme heilkost welchen effekte das haben kann auch das thema fasten entgiftung ist das ist eine wichtige säule der gesundheit aber eben nicht alles ich weiß dass meine zuschauer weder oder die meisten weder 100 prozent vegan noch hundertprozentige rohköstler sind euch weiß auch aufgrund der vielen rückmeldungen dass ich viele einfach wertvolle impulse gerade was die vitalstoff reiche ernährung angeht oder weg von der industrie kost mehr wildpflanzen mehr sprossen mehr gemüse mehr grüne lebensmittel integrieren dass die meisten menschen das sehr sehr gute erfahrung haben und sich die gesundheit wirklich auch enorm verbessert zum thema lebensmittel selbst anbauen nicht jeder hat einen garten nicht jeder hat einen balkon aber wir können fast das ganze jahr wildpflanzen wertvolle wildpflanzen draußen in der natur sammeln und da brauchen wir auch wirklich nicht kilo weiße wildpflanzen erreichen wirklich wenige wildpflanzen aus eine kleine menge um uns einfach auch gut zu unterstützen und was man wirklich überall machen kann eines meiner lieblingsthemen mikrogrün und sprossen sehen das sind so wertvolle lebensmittel voller vitalstoffe die unsere gesundheit einfach auch gut unterstützen können kinderschützen in meinen augen auch ein sehr wichtiges thema das ist sehr wichtig für eine gesellschaft eine gesellschaft die ihre kinder nicht schützen kann die ist verloren und ich finde gerade in der heutigen zeit ist es wichtig kindern wieder gewisse hohe werte mitzugeben man hat ja wirklich das gefühl es gibt einen werteverfall hier in diesem system und es gibt mittlerweile viele eltern auch aufgrund der letzten jahre was mit den kindern in diesen gewissen einrichtungen passiert ist ja es gibt viele eltern die langsam umdenken und sich wirklich auf alternative wege begeben um ihre kinder zu schützen ein weiteres wichtiges thema mentale und emotionale fähigkeiten stärken das ist in meinen augen wichtiger denn je zu schauen wer ist man wirklich und was sind antrainierte programmierungen was was sind konditionierungen die wir im laufe unseres lebens uns durch eltern die schule durch die gesellschaft angeeignet haben was sind wir wirklich und dazu gehört in meinen augen auch sich seinen traumata stellen auch emotionalen verletzungen seinen ängsten stellen und mechanismen zu entwickeln sich immer wieder zu sich selbst zu bringen sich immer wieder in die balance in den inneren frieden zu bringen und da gibt es verschiedene möglichkeiten für manche ist es die meditation für manche das atmen oder eine mischung daraus oder gewisse bewegungen qigong und atmung mag ich zum beispiel sehr gern oder das barfuß laufen in der natur oder sich einfach mal zurückziehen die arbeit mit tieren also es gibt unterschiedlichste möglichkeiten sich immer wieder in die balance zu holen und das ist wichtiger denn je gerade in der heutigen zeit zum schluss greife ich noch den punkt informationen sammeln von der schöpferinsel auf ich finde es wirklich auch wichtig verschiedene quellen zur informationsgewinnung zu nutzen nicht nur ein telegramm kanal oder ein buch oder eine webseite sondern sich vielfältig zu informieren ich habe wirklich immer wieder mehr das oder immer mehr das gefühl dass selbst auf telegramm gewisse aufklärungskanäle das auch im gesundheitlichen bereich oder politischen bereich dass da auch viel falsche informationen verwirrung und panik verbreitet beziehungsweise geschürt werden deswegen ist immer wichtig verschiedene quellen zu nutzen und diese abzugleichen vielleicht auch mal ein altes buch aus einer gewissen zeit epoche sag ich mal oder aus einem gewissen jahrzehnt zu lesen und noch mal zu schauen wie wurde das dann da dargestellt auch zu geschichtlichen themen gibt zum beispiel auf archive.org auch ganz interessante informationsquellen wo man das auch noch mal mit heute abgleichen kann und da werdet ihr sehen wie tief da manchmal ein spalt zwischen wahrheit und täuschung liegt in der heutigen zeit finde ich es wirklich auch wichtig die informationen mit seinen inneren werten mit seiner inneren welt wie es die schöpferinsel auch schreibt abzugleichen und es ist tatsächlich möglich sich auch so nach oben zu verbinden so eine eigene innere führung zu bekommen und wirklich zu schauen fühlt sich das für mich jetzt stimmig oder wahrhaftig an ich habe kürzlich gelesen es gibt nur eine wahrheit aber viele verschiedene wahrnehmungen und perspektiven und ich schätze da ist was dran und ich versuche mich immer mehr nach oben anzubinden und meiner eigenen inneren führung zu folgen die dinge immer wieder für mich ganz individuell abzugleichen ja ich hoffe euch haben diese impulse von der schöpferinsel gefallen ihr konntet euch da ein bisschen was mitnehmen ich denke in der heutigen zeit ist es wichtiger denn je wirklich in die selbstverantwortung zu kommen nicht nur was die ernährung und die gesundheit angeht sondern in vielen anderen bereichen auch hinterlasst mir gerne unter diesem video euren kommentar eure gedanken dazu habt ihr gewisse punkte schon umgesetzt seid ihr dabei gewisse themen für euch anzugehen ich freue mich auf regen austausch wünsche euch eine wundervolle harmonische zeit ganz viel zuversicht und innere kraft bis bald eure silke